hallo ich begrüße dich und ich freue mich dass du wieder da bist und dir die zeit nimmst mein video anzuschauen heute am 11 märz 2019 mit dem video was ist gerade los also bei dir natürlich und bei deinem seelenpartner so viele sind oder viele befinden sich in einem seelenpartner dual seelenzwillingsseelen prozess und natürlich seid ihr auch immer gespannt wie es weitergeht und belastet euch dieser prozess und dieses video soll dich begleiten oder euch begleiten auf diesem weg der entwicklung auch und wie du siehst also ich habe heute hier auch wieder meine skat garten dazu mitgebracht und ich bitte dich dass du dich voll und ganz heute dafür einstimmst also schließe deine augen und tauche in der energie der kristallschale ein konzentriere dich dabei auf deine jetzige situation ich hoffe du konntest wunderbar entspannen und bist du bereit für die legung du siehst also die ganz großen skat garten heute dabei das bist du die herz dame die habe ich auch bewusst auf die linke seite heute gelegt also es geht hier um deine weibliche aspekte auch und dein gefühl um dich um um das weiche und ich bitte dich schließe deine augen und ich bitte auch die engel um drei karten was dich gerade beschäftigt was du gerade in deinem kopf los ist gedanken mäßig was denkst du gerade was beschäftigt dich gerade heute so bitte noch um eine karte so jetzt natürlich was fühlst du heute liebe engel bitte um drei karten was meine zuschauerin hier oder zuschauer gerade auf der herzgebene fühlt so und natürlich wie geht es weiter das ist auch ganz ganz wichtig oder was kommt jetzt so von außen als hinweis oder was erwartet dich heute im außen ja so und ich würde auch parallel direkt für deinen seelenpartner die rechte seite auslegen wie du auch siehst also habe ich hier schon die karte ausgewählt so das ist der herz könig und natürlich auch hier bitte ich die engel um drei karten was denkt sein seelenpartner gerade im kopf was ist gerade bei ihm los welche gedanken beschäftigen ihn so was fühlt ihr denn auf der herzebene was fühlt ihr denn so auf der herzebene so und natürlich wie zeigt sich das im außen so noch eine karte liebe engel also heute dauert das irgendwie länger also die botschaften werden gut gut überlegt was jetzt so auf dich zukommen sollte so und dann beginne ich mit deiner seite hier was dich beschäftigt was denkst du gerade bezüglich deines seelenpartners heute und wie geht es dabei welche gedanken beschäftigen dich welche gefühle kommen in dir hoch heute beginnt ja auch die neue woche ganz neue energie hier auch die letzte karten sehr gut und natürlich deinen seelenpartner deck ich auch auf was denkt er denn so so ich hoffe du kannst hier das also gut sehen also deine gedanken sind heute das dass du dieses verliebte gefühl in deinem kopf hast dieses schöne gefühl diese schmetterlinge im bauch diese anziehung natürlich diese sehnsucht diese freude was du auch gerade fühlst auch eventuell körperliche anziehung beziehung zu deinem seelenpartner darüber denkst du nach und bist du im gedanken ja so weit also begibst du dich voll und ganz in dieses gefühl hinein und das macht dich glücklich du hast das gefühl ja du bist da mit dir alleine du bist da so bei dir zu hause also du willst einfach dieses gefühl fühlen und das denkst du auch in deinem kopf das gibt dir auch so eine gewisse emotionale erfüllung heute das ist dann wenn du zeit hast dann gehst du in dieses gefühl voll und ganz rein also das beschäftigt dich heute voll und ganz und genießt du dieses gefühl so weit es geht weil also es kommt immer wieder noch etwas hoch wo du dich daran erinnerst an dieses ärger und dass es hier nicht weitergeht also da kommt halt dieses negative gefühl bei dir hoch und das stört das ganze das ganze schöne was dich gerade bewegt also man könnte hier auch sagen ja so wird dir diese blockade bewusst dass es hier irgendwas geben muss dass es hier nicht weitergeht weil du sehnst dich so danach und es sollte auch so für dich weitergehen was fühlst du in deinem herzen also du bist ganz traurig auch sehr tränen nach also du bist wirklich traurig und du ärgerst dich auch irgendwie bist du reizbar eventuell heute oder ärgerlich oder schlechte stimmung hast du schlechte laune und das trügt wirklich dein glücklich sein also dass du jetzt wirklich glücklich bist und dieses glück auch spüren kannst das trügt deine gefühle so im großen und ganzen also das ist nicht so gerade schön also wie du dich jetzt gerade im herzen fühlst und du möchtest endlich möchtest du zufrieden sein endlich möchtest du loslassen du möchtest endlich ankommen dieses zufriedene gefühl auch in dir spüren dieses glückliche gefühl in dir spüren und da hat diesbezüglich hast du auch konkrete pläne also du weißt ja auch was dir auch hier helfen könnte oder was dir auch helfen würde so im außen wie sich das ganze zeigt also im außen zeigt sich hier also das vertrauen und das größte glück in der partnerschaft eventuell auch ehe dann zeigt sich hier die veränderung oder die karte rückzug und natürlich auch zeigt sich hier entweder bei dir noch ein partner an alle die noch einen partner haben wo der partner auch eventuell eifersüchtig ist zeigt sich hier im außen wenn du keinen partner hast dann bedeutet das für dich so was auf dich zukommt dass es halt dass du immer mehr in diese beziehung in diese partnerschaft mehr in vertrauen kommst und dadurch wird eine veränderung stattfinden auch bei dir also eine veränderung du wirst dich etwas zurücknehmen dennoch kannst du dadurch durch diese veränderung kannst du auch wunderbar diese unterdrückte gefühle überwinden also du kannst dir diese gefühle bewusst machen du kannst auch diese angst rauslassen und auch dieses eifersucht anschauen was es mit dir macht also du kannst das bewusst anschauen alles und hier die herzacht also du kannst das auch wunderbar wirklich deine themen in heilung bringen so die anziehung spürst du ganz ganz stark heute und also das gibt dir das gefühl ja so glücklich zu sein aber du weißt nicht wie du dieses gefühl auch zeigen sollst also das beschäftigt dich dass du das nicht leben kannst dass du das nicht also wirklich mit deinem seelenpartner leben kannst zurzeit ja du ärgerst dich auch darüber aber trotzdem also kommst du immer mehr ins vertrauen es ist auch wichtig dass du in diesem prozess trotzdem vertraust dass alles so seine zeit hat wenn das jetzt gerade noch nicht stattfindet dass da noch nicht die zeit dafür reif ist dass vielleicht auch dein gegenüber noch ganz viele themen hat die er anschauen möchte so was nehme ich hier noch wahr also ich nehme hier wahr dass es halt hier die blockade da ist diese tränen und dieses ärger dieses tolle gefühl von verliebtheit und beziehung so ein bisschen stören weil das halt momentan ja nicht so fließt zwischen euch wie du dir das wünschen würdest dann spielt auch hier das zuhause bei dir eine große rolle eventuell ziehst du dich heute bewusst bei dir zuhause zurück also begibst du dich im rückzug und findest du irgendwie etwas was dich glücklich macht also entweder dass du dir ja einen schönen film anschaust zuhause oder irgendetwas schönes findest das liest du heute was besonderes dass du dich davon so ein bisschen ablenkst und dich glücklich selber glücklich machst es kann aber auch sein dass du dir was schönes gönnst dir paar blumen holst oder irgendwie im frühlings dekoration für dich bereit ist also auf jeden fall zuhause rückzug zuhause bei dir also wo du dich darüber ärgerst du ärgerst dich darüber dass hier kein erfolg stattfindet weil der halt auch dein gegenüber sich so kühl für dich zeigt so kühl und reserviert und zeigt seine gefühle nicht und das ärgert dich weil das also nicht erfolgreich so weitergeht zwischen euch das ist jetzt gerade bei dir heute was dich beschäftigt bei deinem seelenpartner also bei deinem seelenpartner das ist jemand der also wirklich an sich auch arbeitet also ich sehe das hier also im kopf ihm ist das bewusst er arbeitet an sich selber und du wirst auch darüber nachrichten erhalten auf welche art und weise auch immer und wenn das jemand für dich erzählt oder erzählt oder mitteilt oder du erfährst auf eine andere art und weise also nachrichten sind hier also du wirst es erfahren dass er an sich sehr viel arbeitet auch an seine gefühle also dass er da so wirklich in der tiefe geht also ich sehe hier schon eine große entwicklung soweit bei deinem seelenpartner also dass er also an den gefühlen die der bis jetzt unterdrückt hat arbeitet das auch das also vielleicht auch mit dir kommunizieren möchte also das zeigt sich hier auch also das kommt schon sehr positiv für seine gedanken rüber so denkt darüber nach dass er dir das auch erzählen wird so auf der herzebene nehme ich bei ihm halt die familie war also dass er so eine mögliche neuanfang und eine familie mit dir eventuell vorstellen kann wenn seine themen bearbeitet werden also die herzheilung bei ihm stattgefunden hat also der hat auch einiges an themen und allerdings der wenn er an dich denkt der sieht dich auch als eine intelligente ehrliche also eine ganz ganz liebe junge frau also der hat sehr schöne meinung über dich also ein schönes gefühl über dich also das zeigt sich jetzt auch hier in den karten und das ist durchaus positiv und natürlich auch dein seelenpartner zieht sich hier zurück heute also ist auch hier der isolation und rückzug vielleicht braucht es auch wirklich bei generell bei bei der herzheilung und also bei deinem seelenpartner falls dir jetzt eine partnerin hat falls da eine partnerin hat ist die partnerin da die hat ja all diese mütterliche aspekte wie du aussiehst die kreuz dame und natürlich hier die familie die familie steht für mögliche neuanfang für sorgsame pläne für wachstum für neue möglichkeiten aber auch für neue ziele auch aber auch vielleicht für den umzug aber ich denke so eine tages tendenz wird jetzt nicht der umzug sein sondern erst denke ich dass er so von außen neue ziele hat bezüglich der familie eventuell und falls der jetzt hier keine partnerin hat dann würde ich das als charaktereigenschaft so deuten dass er dieses bequeme leben leben möchte also mehr für sich tun möchte mehr diese schönheit des lebens genießen möchte und das ist für ihm als oberste priorität hier mit der familie ist also dass er da seinen fokus so darauf richten möchte und hier die karte hier von außen dadurch kommt er auch mehr in seine kraft er kommt mehr in seine kraft und ja er begeistert sich auch dafür also diese gefühle die der unterdrückt hat also wird der heilen und würde wirklich wieder in gleichgewicht springen wirklich in diesem rückzug dann kann da auch darüber offen reden vielleicht konnte er gar nicht mit dir so offen darüber reden und nicht so ehrlich mit dir reden also der bearbeitet das also auch und diesbezüglich ist halt auch die familie für ihn sehr hilfreich oder falls jetzt eine partnerin da ist eventuell ist sie auch noch hilfreich dass er so seine themen bearbeitet also er arbeitet generell an sich selber also fühlt sich schon bei sich selber zu hause also wenn er sich zurückzieht und wenn er meditiert das gefällt mir auch und also hier sind auch nachrichten über die herzheilung also nachrichten du wirst auf jeden fall etwas erfahren über ihn sei es jetzt vielleicht ist er irgendwo mit der frau oder siehst du ein bild mit diesem frauen siehst du er sieht aber schon besser aus also so von von vom gesicht von der mimik her also solche dinge können auch sein natürlich hier seine gefühle dass er das noch nicht zeigt oder so aber der sieht dich auch als eine ganz liebe positive frau die auch also ein familien mensch ist total positive meinung über dich und das durchaus gefällt mir ich würde gerne auch jetzt eine tarot karte für euch beide für heute ziehen so dann schließe deine augen und das kam auch schon für dich die erste und natürlich auch für deinen seelenpartner so die ritte der ritter der stäbe also ist für dich gekommen moment also stäbe 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 sekunde die stäbe ja also es geht um transformation also um dynamik heute bei dir es geht um starke kreative energie um und um feuer also du wirst heute voller kraft und voller energie sein und setzt alles daran herauszufinden wo und wie du das einsetzen möchtest in dein leben diese kreativität und diese energie was jetzt heute so bei dir jetzt hochkommt und fühle auch in dich hinein wohin drängt es dich am stärksten was macht dir am meisten freude und in welchem rahmen könntest du deine ideale verwirklichen dass du dir wirklich bewusst wirst ja was möchtest du heute auch wo möchtest du diese kreativität und diese energie einsetzen und ja und bringe diese energie und diese kraft zum ausdruck egal wie auch immer so für dich und natürlich bei deinem seelenpartner kommt auch wieder eine münzkarte und münzkarte ist ja immer also hat auch was mit mit materielle und fülle auch zu tun also für ihn kommt die umsicht also sonne in jungfrau erblühende innere und äußere reichstum weisheit entfaltung sorgfältigkeit umsicht geschehen lassen also der genießt momentan sehr diese innere und äußere fülle das ist was in dir zur entfaltung strebt es ist von existierende schönheit und zartheit gewähre ihn den schutz und die nahrung die es braucht du brauchst nicht zu forcieren alles entfaltet sich zur richtigen zeit siehst du also umso mehr er loslässt ihm umso mehr er bei sich zu hause ankommt umso ruhiger er wird und umso mehr seine themen heilt umso mehr wird das sich auch entfalten bei ihm zur richtigen zeit gibst du dir den schutz und die nahrung die du für deine entwicklung brauchst also er braucht noch hier entwicklung und vielleicht meditierte jetzt auch in der zeit und da sollte auch mehr in der achtsamkeit kommen nichts tun so einfach beim gras wachsen zusehen und nichts tun und sich entspannen und wirklich dem leben vertrauen das war jetzt die botschaft für heute für den elften märz 2019 ich sende dir ganz viel licht und liebe und frieden aus meinem herzen heraus sollte dir dieses video gefallen freue ich mich über ein like natürlich freue ich mich auch über wenn du deinen meinen kanal abonnierst klicke unter dem video auf den button abonnieren und klicke noch mal auf die glocke dann wirst du direkt benachrichtigt wenn es etwas neues gibt das neue wochenangebot wird ab heute online sein das findest du auch in meinem shop meinen shop findest du über meine webseite hier in dem infobox unten und was du auch jetzt aus meinem aus meinem shop schon kennst dass du diese seelenpartner dualseelen beziehungsheilung das war für vier tage für euch beide und natürlich auch für diese diese beziehung eure beziehung dass das auch energetisch unterstützt wird natürlich werde ich dabei mal die reiki groß gerade und licht gerade fließen lassen ist es nicht nur auf der körperlichen ebene sondern auf der feinstoffliche ebene und das kostet regulär 180 euro für vier tage und jetzt kannst du das in angebot erwerben für 162 euro also dann hast du schon also einiges auch gespart also wenn du daran interesse hast kannst du das gerne bei mir buchen ich arbeite nach terminvereinbarungen also ich brauche dann deinen namen und natürlich auch den namen von deinen seelenpartner und diese dualseelen seelenpartner heilungsprozess also was ich da jetzt anbiete wird immer am abend stattfinden also zwischen 23 und 23 uhr 30 ich freue mich wenn du dabei bist also anmeldungen für die terminvergabe bitte über den e mail ich beantworte die e mail zwischen 19 und 20 uhr bis zu 24 stunden bekommst du eine nachricht auf deine e mail ich sende dir ganz viel licht und liebe und frieden aus meinem herzen heraus und sage bis bald namaste deine valeria